Moin Leute. So, so langsam kommt der Herbst. Sommer ist nicht mehr lange. Und was ist denn Herbst? Da kommen neue Produkte. Dieses Jahr... Warte mal, warte mal. Und los. Moin Leute. Einen Anschluss später von Julian. Meine Mütze saß schief. Bald ist der Sommer vorbei und der Herbst kommt. Und was heißt das? Es kommen wieder neue Produkte von uns auf den Markt. Und diesmal jede Menge. Und da fangen wir mal gleich an mit der neuen Rollenserie von uns. Und zwar ist das die TR Rolle. Schön edles, einfaches Design. Griff haben wir mit Core kombiniert. Festig ist gerade jetzt im Herbst sehr schön. Wenn es kalt wird. Gute Griffigkeit. So Leute, hier habe ich die TR 2500 Einsatz. Schön robust. Leicht. Gute Bremseigenschaften. Leichter Lauf. Und ich glaube, da werdet ihr auch ordentlich mit Spaß haben. Ja und dann kommt eine neue Kleinteile Serie. Nennt sich Strike Point. Da habt ihr alles mit bei. Von Wirbeln, Haken, alles was es so gibt. Was wir in Kleinteile haben. Wurde alles neu überarbeitet. Bessere Qualität. Schaut es euch einfach an. Die Qualität war bisher schon Bombe. Aber die sind noch besser. Und wie gesagt, großes Paket. Anschauen lohnt sich auf jeden Fall. So und dann kommt der Big Eye Blade. Das ist eine Zikade. Auch neu bei uns auf dem Markt. Zikanen kennen ja eigentlich jeder. Haben wir schon einige für. Wir haben sie endlich auch. Sollte man eigentlich auch immer eine Kiste mit bei haben. Ja Leute, dann gibt es auch neue Pelatscheköpfe. Zwei Farben. Unterschiedliche Gewichte. Einschrauben. Und Fun. Wir brauchen das so gar nicht zu haben. Und dann haben wir eine komplett neue Range mit Taschen. Solltet ihr euch auch anschauen. Top Design. Gute Verarbeitung. Und viel Spaß damit. Ja Leute. Neue Kleidung. Neue Mützen. Volle Programm wieder. Sei es Jacken, Mützen. Pudelmützen. Ganz wichtig Julian. Du weißt ja. Ich liebe Pudelmützen. Eine konnte ich jetzt auch schon tragen. Die hatte ich im März mitgehabt. Und das ist richtig schön warm am Kopf. Und gerade in der kalten Jahreszeit. Mütze kann nicht schaden. Besser wie dein Basecap. Ja und alle die es wissen. Blech. Bin ich ja nach wie vor Fan vor. Kommt auch eine neue Serie bei uns raus. UV Blinker. Schönes Laufverhalten. Gerade auch im flacheren Bereich. Sind nicht ganz so schwer. Solltet ihr unbedingt mal antesten. Und dann kommt ein neuer Gummi auf den Markt. Und zwar ist es der SlickFast Supersoft. Kann ich euch mal zeigen. Der kommt in drei Größen. Wie gesagt, die kommen in mehreren Farben. Die Köder kommen in drei Größen. Das ist einmal 15 cm. 18 cm. Und 21 cm. Und dann kommen noch viele neue Farben bei unseren Softbeats. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Schaut mal auf den Seiten. Guckt euch alles an. Wie gesagt, dieses Mal ist es so umfangreich, dass wir euch nicht alles einzeln zeigen können. Aber ihr habt ja Zeit und könnt auch mal schauen. Wir sehen uns und fangt ordentlich. Tschüss!